Er hat sehr, sehr kräftensierende Spiele gehabt gegen Hanneborn. Wichtige Spiele gehabt, wo er seine Kraftreserven zu locken und diese mal auszutesten. Kann man die Aufstellung gerade mal noch vollenden. Dako Jorgic auf der 2, Polanski auf der 3. Also bei Saske angereist, damit Kozolowski gespielt. Das Spiel auch in der eingeblendeten Wiederholung. Auch mit dem Nachsetzen im nächsten Gegenspin mit der Rückhand aus der Vorderung. Ein einfacher Schubwähler von Marcelo. Das ist was, was Christian Tamas, denke ich, ebenfalls gut analysiert hat und jetzt versuchen wird, Agere mitzugeben. Das ist klar. Zum 4 zu 5. Auf diesen halblangen Return mit der ähnlichen Höhe. Aufschläge auf jeden Fall von Vorteil agieren. In den ersten zwei Sätzen zu wenig draus. Da gab es noch die Fehler, aber im Vlog deutlich sicherer. Merkt natürlich, dass Marcelo Agere auf... Das ist so ein Bilder... Aber Franziska... Wie gesagt, einfach dieses Quäntchen mehr da... Und im Endeffekt ist es ein Schubfehler, der ein souveränes Spiel vom Franziska abgründet zum 3 zu 0.